Diesmal geht es um Gebrauchtwaffenkauf, ähnlich wie beim Kauf gebrauchter Autos. Kann man Pech haben, wenn es nämlich erhebliche Mängel hat, dann kann man zwar Nachbesserung verlangen, also Reparatur, wenn das nicht funktioniert auch vom Kaufvertrag zurücktreten. Bei Waffen ist natürlich immer alles komplizierter. In diesem Beispiel habe ich mir einen Drilling bestellt online. Bei der Bestellung auf den Bildern war nichts davon zu ersehen oder in der Beschreibung, dass beide Schlagbolzen so weit fest sitzen. Wenn ich diese Waffe laden und schließen würde, dann würde selbst in gesicherten Zustand die Zündhütchen eingedrückt und die Waffe würde feuern. Die Sicherung ist auch schwergängig. Der Grund für beides ist wohl hier ein Spalt, nämlich der Schaft. Hat sich vom Schloss so weit mehrere Millimeter getrennt, dass da Schmutz und Feuchtigkeit reinkommt. Und darum wird das wieder passieren, selbst wenn ich den Schaft hinbiegen würde.